Es war ein toller Start in die Saison. Es sieht wirklich so aus, als würden sie den Aufstieg schaffen. Und da könnte sogar mehr gehen. Mit solchen Leistungen wie bisher sind sie einen Titelanwärter. Das ist der Antwip. Das Spiel läuft. Schuss für Duf. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Müsst ihr Ecke geben und die gibt es auch. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Er entscheidet auf Baul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Und den Ball hat er sich geholt. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Mit Abstoß geht's weiter. Petric. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und damit ist der Ball weg. Van Persie. Er verluft. Da war er noch dran, aber es reicht nicht. Der Ball ist im Tor. Das ist große Klasse, wie er das Tor gemacht. Und dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter Edeltechniker. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und jetzt wird's Einwurf geben. Das gibt erneut Einwurf. Das gibt erneut Einwurf. Schiebzimmer entscheidet auf Freistoß. Für diese Aktion gibt's hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch genau. Gute Flanke! Juru! Den hält er super! Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Iličević. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Jetzt gibt es einen Einwurf. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Es gibt Abstoß, der Ball war im Aus. Jetzt ist die Kugel weg. Er spielt den Pass zurück. Das wird gefährlich! Den Ball hat er gut geklärt. Es gibt Ecke. Er köppt ihn. Timing passt nicht. Kein Druck hinter diesem Kopfball. Ja, so kann er die Kugel nicht richtig platzieren und das Ding geht daneben. Er steht gut und hat den Ball. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Und schon ist der Ball weg. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Fantastisch. Und jetzt der Schuss. Klasse gemacht. Olic. Gibt jetzt hier doch noch Geld. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich Geld für dich. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen die dranbleiben. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Das könnte eine Gelegenheit werden. Olic. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Der Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Und er gibt Elfmeter. Und jetzt gibt es Elfmeter. Ganz klare Nummer. Und da hat er sogar noch Glück. Er ist schon mit Gelb vorbelastet, aber darf tatsächlich weiterspielen. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Und da hat er seine Nerven im Griff. Im Griff von Zunge. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob Sie ihn so weitermachen. Das war einfach. Und er hat den Ball. Elicevic. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Und nun ein Schuss. Und er ist nicht drin. Das war ein knappes Ding. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Olic. Schöne Flanke. Und Ecke. Schöner Versuch hier nach der Ecke. Nur nicht präzise genug. Ganz knapp. Eine richtig gute Idee. Schöner Versuch hier nach der Ecke. Schöner Versuch hier nach der Ecke. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Schöner Versuch hier nach der Ecke. Schöner Versuch hier nach der Ecke. muss einwurf geben macht er gut hier klasse aufgepasst sie haben den ball kann er den ball behaupten da kommt der schuss der geht genau auf den drüben und damit ist der ball weg da passt der klasse und er geht am gegenspieler vorbei den ball holt er sich vollkommen problemlos von persi macht er ihn gut gemacht den ball hat der torwart sicher den angriff block der abklasse aufgepasst er ist da und kann den ball hier klären den ball hat er stark gespielt super einsatz vom torhüter der ball ist im tor aus es gibt ecke der ball kommt gut super gemacht den klärte hervorragend aus dem schuss wird keine richtige chance dafür ist er einfach zu hoch die schlussphase der partie bricht an und die fans kommen noch mal richtig in wallung pushy kein wunderwolf ihr team spielt bisher ganz souverän auf die zeichen steht ganz klar aufs er muss natürlich ein bisschen genauer kommen dann wäre es eine gute möglichkeit geworden souverän er hat den ball da hat nicht viel gefehlt der forsten rettet knapp abseits gut den ball hier im mittelfeld erobert den pass spielte gut das könnte die audience der schuss von percy ein fantastischer treffer jetzt liegen sie deutlich zurück aber kann man den torwart alleine die schuld geben das wäre zu einfach sie spielen als mannschaft und verlieren als mannschaft da müssen sie ihn besser unterstützen sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3 zu 0 der ball ist drin unglaublich was er hier heute zeigt jeder schuss ein treffer eine unglaubliche vorstellung Wolf sie bekommen ihn überhaupt nicht in den Griff so viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten die Partie ist so gut wie gelaufen sie haben die Favoritenrolle heute angenommen und sich entsprechend präsentiert überlegende Vorstellung ja und das musst du so auch erstmal auf den Rasen bringen eine sehr gute Leistung es ist wirklich leise im Stadion die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen die scheinen wirklich geschockt zu sein aber die Mannschaft heute auch unterirdisch schönes Decklegen und den Ball erobert super Zuspiel da kommt der Schuss Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke klar sie hoffen auf den hohen Ball er steht im Abseits gut gesehen von Persi da stand der Assistent gut Abseits die Litschewitsch sauber und fair vom Ball getrennt hier ein ganz ungefährdeter Sieg alles findته rein Ein Verrückst ja blickst ja